ja so ist das ist ein Video im Video und zwar heute Wunderbundsnipen gegen Daniel und ja darf man deine Stimme und also darf man deine Stimme hören ja oder nein 3 für alle also ist erlaubt das Fehler Wollt ihr macht die Geräte? ja ok warte mal kurz ok weiter ok 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 Nein. Bein, auf den Boden. Reaper, erledigt. Treffer. Boah. Sicher. Reaper, erledigt. Mit Spezi und ohne. Okay. Es laggt. Alles klar. Eigentlich nicht, aber okay. Okay. Wie er rumhoogst, Digga. Okay, da muss ich rein. Ich höre dich für mich. Ich höre dich für mich. Boah. Ja! Ja! Nein! du hast du meinst dass du am besten bist also aber das also ich will es dir aber sofort sagen also wenn es um einstürztes der berger auf der flamme erfreien setzen das heißt ich habe schon schon was hat es kommt ja auch hast du es gesehen die gewachsen Super. Impec digger. Hm. Also so bist du jetzt auch nicht beim snipen. Hast du es gesehen? Digga fall drauf. Bisschen hier spitzen. Warte mal Digga, warte mal. Warte. Spitzen Digga. Ich geh mal kurz is da. Was ist Daniel? Hmm. Ahaaam Dershaa, stehe é then? Was ist beta ok? Ja,利be hier im rum, Echt so hell? шихaey neist? meinst du ich bin von dumpsdorf oder was ja ja geh weiter du hast mir heute das ganze ding hier verständige kann nichts mehr nicht so naja weiter du bist ein stinker scheiße es laggt Schaut schlecht aus für mich. Komm jetzt mal runter und hüpf nicht so rum wie ein Hoppchen des Hasenstalls. Du hast nur ein Glück, dass ich bloß zielen muss und er schießt schon von der Automatik. Hm, seine Internetleitung, Leute. Alles klar. Das war ein schöner, gell, Matthias? Der Hatscope doch, Digga, das... Kann ich mir nicht anschauen. Okay, er snapped. Er ist schon gut, Digga, also das muss man ihm lassen, Digga. Aber hier werden wir der trotzdem nicht, Digga. Dafür gebe ich mein Wort. Anrufen. Das fiekter aus. Das war's für Sie. Hey, nein, oder? Doch. Hey. Guck mal, das ist eine Tano, man! Wow! Grasgrün. Komm mal rein. Äh, ich hab keine Sniper, aber egal. Standard-Sniper. Okay, Leute, next, komm da rein. Okay. Und ich soll jetzt noch aufholen, ja. Ja, wahrscheinlich. Ich geh mit Null raus. Ja, okay. Digga, ich soll jetzt noch aufholen, Alter, es geht doch nicht mehr. Okay. 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 Wow. Ja, es reicht, Brigger. Jaaa... Er ist wieder online Richtig gekickt oder so ein bisschen rauskommt Jaaa... Durch drei Wände, Digga Haha Nein Dein E-Mail ist da, Digga Nein Fuck, Alter Ich kann es nicht mehr aufhören, jetzt ist es vorbei, Digga Ich hab nur die Standard-Sniper, Digga Ich leuchte dich jetzt gleich so mit dem Reiniger durch Okay Okay Hey, Digga Komm schon Ja Geh wieder raus Digga Warum? Und dann hier wieder da ist Hey, Junge Der hat null Punkte, also sei still jetzt Ja Jetzt raus, Digga mit dem Strom durch Ich kann keine Muni aufhören, Digga Shit Ich hab da nicht mal alle Dinge Hey, pack den Strom weg Das ist das Last Kill hier, Reiniger Ja, mach Nee Das war's, den bin ich noch Jaaa Komm easy noch Wände, Digga Komm Nein, der wird pick Er ist so schnell unterwegs Nein, jaaa Nein Warum geh ich da hin? 20 Kills noch geschafft Okay Wow Das ist noch sehr negativ Also Leute, wenn ihr euch gefallen hat Dann bin ich nicht vergessen Und dann sehen wir uns im nächsten Video Hier Heute Ciao